Wisst ihr was ich lange nicht mehr war? Ich könnte mir ein paar Sachen einfallen. Ich mein hier in Warzone. Ich lass uns aber nicht von dir auf andere schließen. Fangen wir Boneyard? Ah, Boneyard for the win. Ja, Boneyard und Karotte for the win. Ich würd so lachen. Gibt's ja nicht einen Hauptschrauber? Was ist ein Mopschrauber? Ein Mopschrauber, ein Hubschrauber. Ja, eine Hüpfen, der in den Trapp. Karottenboy holte ich den. Ah, das ist meiner. Streiten sich zwei um den Edel. Ich hab den K.O. gegeben. Da fliegt er. Nein. Oh. Wir haben den geskernten Bueno-Typen. Wir haben den Leo. Wir haben den Karottenboy. Und... ... 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 Hier in der Ecke ist der Glitch. Hier in der Ecke ist der Glitch. Hier in der Ecke ist der Glitch. Nein und tschüss. Der Butcher ist weg. Doch, der Butcher ist weg. Viel Spaß, mal gucken ob du rauskommst. Nein, nein, das ist der Glitch. Oh, schön sich rausgeseilt. Boah, ich hab das nicht gecheckt. Jaja, genau, aufpassen. Alter, fast wär ich auch drinnen hängen geblieben. Aufpassen. Aber wir könnten ihn noch kaufen, oder? Irgendwie gibt's bei ner Kohle, oder? Naja. Geht noch hier in den Haufen. Da sind wir hier drin. Ach, Geld dabei. Ja, das Geld. Stark. Let's go. Stark. Nice. So, letztes Team Leute, letztes Team. Wo ist das letzte Team? Zwei Teams. Drei Teams, neun Spieler. Nur bitte nicht von hinten. Da drüben, nein. Streben. Das sind intentional. Zwei。 Ja, der zweite auf, und einer linkss rumgelaufen. Cheat brei. Down Nice! GG! Wir haben den Wind geholt. Yeah!